Musik Ein bisschen Schaden, oder? Musik Als wenn der Dodo das ernsthaft gewinnt Ich finde, dass du sie auf mich fokussiert Musik Ja also, ja Alter Den nehmen wir sowas von mit, ich sag's dir Fahr mal noch ein paar Narcobären Kein Problem Das ist doch so ein Scott Boah es wäre so geil, wenn man irgendwelche Tiere darauf auslegen könnte Ja, wenn man denen befehlen könnte Jo, geh mal Narcobären fahren Und dann auf einmal kommt ein Parasaurus zurück Mit Narcobären komplett volles Inventor Warum, wieso ist mir zu heiß Wieso hab ich hier grad Hitze Ich auch, ich hab nicht mal Rüstung an Achso, und ich mach Tag und dann geht's wieder, achso Guck diese Maschine an, Alter Nenn ihn Maschine Ich verliere die ganze Zeit AP Nenn ihn Schildkrötenkiller Egal, der hat was bestes verdienen Warte Die Freiheit Das ist das beste was wir ihm geben können, die Freiheit Die darf ich vorstellen OP Achso Ja, es regt aber mir ist heiß, ey Mir nicht, mir ist nur warm Ich geh ins Wasser Ich geh ins Wasser Jetzt farm doch mal Narcobären, Alter Wo ist mein Dodo Level Scheiß auf den Dodo Ich bring den gleich um, dann hol ich mir kurz Deswegen dafür, nur dafür hol ich mir Kreativmodus Dass ich den bloß abschließen kann Ich hab's ja wieder die Antikale, ey Wieso liegt hier so viel rum Weil ich das grad grad getötet Ja, weil ich das grad alles da hingeschmissen hab Ich weiß genau, dass ich keine... Was macht ein Rubiner? Warum greift Rubiner grad an? Die frisst Opfersachen Du hast es hier nicht, äh, abgemacht, überhaupt gestellt Soll ich mein Dodo kurz den Driceratops kämpfen lassen? Ja Im Menschen, der gewinnt auch den Driceratops-Fight Digga, den werd ich sowas von nach Hause schleppen dann Der wird gefeiert Ist ein König Der wird vergöttert Wir müssen extra so ein Podest für ihn dann aufbauen, weißt du Er hat eine Möglichkeit sich krass zu überweisen jetzt, gell Der hat eine Möglichkeit von mir akzeptiert zu werden Gegen den Try-Gewinn Ja Wenn du den Dodo auf Mega-Wer-Powered-Nun-Nahkampf-Angriff-Level Stell's dir mal vor Perfekt, mein Controller ist leer Und genau in dem Moment, wo mein Controller leer geht, alter Hat mich einfach ein Delophosaurus angegriffen Nein Dodo Der Delophosaurus hat einfach das perfekte Timing abgewartet, ne Mein Controller ist leer und genau in dem Moment hat mich angegriffen Meine Rüstung geschrottet Ah Hohenson Wo ist mein Dino Ist er gehelft mir das mit den Adops hinter mir Recht den Dodo Jetzt ist es mir nicht heiß, wenn ich auf mein Tier bin Hä? Ich verstehe es nicht, alter Das versteht keiner Das ist Bullshit Das gibt's Items, die kriegt man ja nur in den verschiedenen Welten halt, ne? Ja Konnte man nicht eigentlich alles erforschen, weil das existiert? Könnte man ja glaube ich, ja Ich krieg mal von jedem Boss etwa, gell? Mhm Gibt es etwa auch, äh, Tech-Sättel und so? Habe ich doch glaub ich sowas mitbekommen Gibt es das? Scheinbar ja Gibt es etwa auch, äh, Tech-Sättel und so? Die measure für'n Spino, Digga Die measure für'n Spino, Digga Ssss Kurz'n Geschütz draufspannen Daher bei den verschiedenen Sachen, die es hier gibt Gelernt auf Scorch, äh, Earth Also kann man das sogar hier noch benutzen, oder was? Jaja, scheinbar schon Ach hier Am besten immer ungelernt zu immer anmachen, gell? Sooo 19 Pfeile hab' ich jetzt Du kannst sehr schön selber für dich farben, Junge Du kriegst von meinen gar nix Ich musste mir grad alles selber farben, also kannst du dir jetzt auch selber Pfeile farben Ich kenn' dich nix Du weißt genau, dass ich keinen Narkobären kriege Das ist mir doch egal Digga, was hat die denn alles gefressen? Wollen wir zum Berg da hoch? Dieses fette Rindvieh, Alter Kommst du? Ja, ich muss hier kurz was, äh, aufräumen Tchühühüh Lass mal hier Opsida vielleicht noch holen, weil wir brauchen das ja an sich, ne? Ja, viel Spaß Was? Ja, lässt du aber keins mehr holen, oder was? Ich guck' nach'm Rex Ich glaub' dein neunze werd' nicht ausreichen Ähm So, so kannst du dich mit dem Holzpfeil mitbestellen Ja, mitbestellen So ein Haus beim Vulkan wäre, glaub' ich, auch chillig Oh ja Das wär' es auch So, ich bin gelobst, oder? Ich geh' mal hoch, vielleicht ist da, ja, ein Ding Äh, geht's blau noch Weißt du, kommst du auch hoch? Ich renn' grad hier unten rum Der, man kommt ja gar nicht irgendwo vorbei hier, was soll das denn? Du kommst ja hier wirklich komplett hoch, oder? Ja, fast komplett Oh, ich komm' gar nicht hoch Bei mir streikt er Oh, ich... Nein, ich muss zurück! Freddy, du bringst mein Dino um! Hm, beweg' dich nicht, du Hurensohn! Ich lauf' grad' nach oben, zu dir Digga, mein Dino hat von 3200 HP jetzt noch 400 Ja, ich bin grad die Dingens runtergerutscht hier den Berg Weil mein Dino gestreikt hat zum Hochklettern Ist doch nicht so schwer, noch hochzukommen, oder? Naja, man muss ja nicht vorlaufen Man kann ja mal warten Warum stecken wir eigentlich im Vulkan drin? Geht zur Seite musst du, weil weiter hoch kannst du nicht Weiß du mehr, die Seite Geht, entlang Aber vielleicht sogar auf diesem Berg Das sieht mir nämlich, verdammt eh Bekannt aus, gell Ja Verdammt, ist das wohl? Hier ist das ein T-Rex Wo? Gerade im Berg rechts runter Ah, nice Oh, das ist vielleicht... Das ist ein Giga Warte, echt jetzt? Ja Egal, ob das jetzt ein Giga ist Ja Diesmal haben wir wirklich nicht genügend Pfeile I mean Wir könnten unsere Taktik versuchen, aber... Ach, scheiße, Alter Also rein theoretisch wär das ja möglich, ne? Versuch ihn als Duck zu bekommen Wenn er wütend wird, dann ist dein Dino auf jeden Fall tot Und... Als du mir schon wieder Giga begegnet, hä? Denk dran, ungetamed Ein bis... Zwei bis vier Gleichzeitig auf der Map Schon wieder das gleiche Szenario Hä, ist das da ein Rex? Ne, das ist ein Giga Scheiße Ich geh mal gucken Bist du sicher, dass du gucken willst? Eigentlich nicht Dieses kleine Männchen, das hier rumläuft Ähm... Mit nem Krüppel wär's ja wirklich... Ich seh den halt nicht mal Ich muss irgendwo auf den Stein drauf Alter Lass mich doch jetzt hier hoch Müsst du da anschießen? Wolltest du schauen, ob er vielleicht jetzt schon Stuck ist? Der steckt im Stein drinne Ich kann ihn gar nicht mal richtig sehen Komm mal hier hoch Guck mal, der steckt doch im Stein drinne, oder? Äh... Ja Ich weiß nicht, ob der da rauskommt, wenn ich ihn anschieße Das ist ne gute Frage Wollen wir es riskieren? Äh... Willst du es riskieren? Sag ja oder nein Wenn ja, dann schieße ich Ja, es wär ne Idee, aber wenn er wirklich jetzt rauskommt Und heute... How to tame a Giga With Jan Ah ne... Warte Heute nicht Es kommt, eingelatscht, kommt Dann hauen wir ab, ey Ich sag's dir, Alter Ich treffe einfach nicht Ich treffe nicht Oh Ich hab doch gesagt, der ist Stuck Kann ich vielleicht näher an die Rand? Oh... 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 Okay, er ist nicht Stuck, ich hau ab Das ist mir dann nummer zu gefährlich Gleich kommt er doch immer über den Stein gesprintet, Alter Ich will nen Rex haben und keinen Giga, Mann Also, noch ein Giga wär ja auch nice, ne Vorum ist es wieder, wenn's ein Weiblicher wäre, ne Bitte komm nicht raus, Junge Ich hab richtig Schiffe, weil ich will's irgendwie machen, ne Weil wir hatten letztes Mal unverschämt viel Glück gehabt Haben wir den hier schon geholt? Scheinbar schon Wie bist du denn, Freddy? Einfach nach unten gelaufen, der ist ja ne Ruine gewesen Also, hier den Berg hatten wir auf jeden Fall schon, weil die Dinger hatten wir Ja, der macht nichts Glaubst du, ehrlicher als Stark, willst du mal draufschlagen? Ja, ich will, ich will's versuchen Alter, ich mach mich weglaufbereit, Junge Da kannst du aber wetten Komm, box Mach ihn kaputt Jo, das war's dann mit Sergei, ne Der kannst du ver- Du Hurensohn Ja, das kannst du vergessen, der ist instant auf den Zug gelaufen Ja, meiner ist auch safe dead Der springt hier den Berg runter Der ist auch nur Level- Der ist so gigasaug, der ist auch nur Level 2, gell Das Ding ist, du konntest bei Sergei das direkt- Bei Sergei direkt vergessen Nachdem du angegriffen wurdest, ist der instant darauf zugesprintet Und der hat instant die 2 Bisse abgekriegt und bei der Wieso ist er auf die Bisse gesprintet, Digga? Ich bin doch so passiv gestellt Ja, dein Loot ist, glaube ich, verloren, würde ich sagen Aber wieso musst du doch angetapet so OP sein, oder getapet so Bullshit Ich würde sagen, dein Loot ist verloren, ne Du bist ja nicht, ich geh da nochmal, ich geh da nochmal zu dir Ich freue bei dir neben dir Mein Loot fühle ich immer wieder, ich weiß das Ja, vielleicht ist er diesmal ja wirklich stuck Ja, jetzt weiß ich gleich, was hier passiert Äh, ich bin hier bei dem Map Bruder, also... Weißt du, du schlägst ihn auf einmal, kommt er da raus, Junge Wir hätten weiter schießen sollen, das war irgendwie sicherer Das war irgendwie klar, dass wir einen Spino verlieren, Mann Ja, Sabertooth, helfen wir kurz Wo bist du? Was willst du machen, hä? Ne Weil, mein Spiel hat auch so wenig Leben gehabt an sich, ne Durch deinen, äh, besonderen Fall Ja, jetzt sind wir einfach hoch Oh, shit Oh 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 Ne Definitiv nicht Definitiv nicht Ja, der Giga rennt nämlich noch genau da oben rum Das kannst du vergessen Ich kann nicht hoch springen Ich kann nicht hoch springen Pass auf Wie lange bleibst du, bis meine Knochen wieder heilt arbeiten? Willst du dein Leben vielleicht nochmal riskieren, weil der ist nämlich noch exakt an der gleichen Stelle Klar, gerne Klar, gerne Der dreht sich da im Kreis die ganze Zeit Ja, ich komm aber nicht hier hoch, ne Tja, das ist nicht mein Problem Ja, Digga, wow Ja, wie soll ich dir jetzt helfen? Ja, wie soll ich dir jetzt helfen? Sag's mir Ja, komm Ja, komm Ja, komm Ja, komm Ja, komm Ja, komm Ich hab das Gefühl, ja Ja, ich hab das Gefühl, ja 36 Bro und 0, oder? Die hatten wir schon Ja Ja Ne, hatten wir nicht Hä, wieso konnte ich dann mit dem Spino die nicht bekommen? Ja, wir glaub ich noch zwei Ex-Tronauts, oder? Ja, hier Hier ist noch so ne komische mythische Der Giga ist weg Wolltest du versuchen hochzugehen? Ich seh ihn nämlich nicht mehr Und leuchtet das Video wunderschön Aber er kann sich um sich schauen dabei, gell? Alter, yo Das ist ja nicht mal wirklich was cooles Viel Spaß hochzulaufen, ne? Ich warte hier unten auf dich Ich warte hier unten auf dich Serjay, nein! Ich hör Kampfmusik Ich glaub, da lebt noch jemand Ja, natürlich lebt der Giga Das ist so die Hoffnung, dass du despaunt lol Ey, nicht was impfen Äh, nicht was impfen W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W- Ja, guck mal, der ist ein Rex, ne? Das ist ein Giga, ja, soll man schlagen? Ja, ja, geh mal drauf schlagen Also mein Loot hab ich Eheh-h-hh-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h Oh, und wieder der Drop! Wo ist eigentlich der Geeker? Äh, der chillt jetzt am Rand und ist nicht Stark oder so. Oh oh. Okay, dann lass mal nach einem T-Rex suchen, würde ich sagen, oder? Gib mir den Loop-Drop, du gesund! Denk, jetzt ist da so eine Kryo-Kapsel drin oder so. Ja. Oder irgendwas, womit man instant was sämen kann. Gib mir den Loop zurück. Nee, ich glaub nicht. Ah! Die Alke Sloth kommt! Holy shit, Digga, auf einmal ist ja der Geeker hinter mir. Ah! Hallo! Ja Bro, Rubina ist dead, kannst du vergessen. Echt jetzt? Ja. Ich hab dir gesagt, wir kriegen deinen Loot nicht mehr, wir werden beide sterben. Ich hab es dir gesagt. Hast du nicht mehr drauf geachtet, wo ich war, oder was? Digga, ich hab gar nicht gedacht, dass der Geeker auf einmal gekommen ist, hä? Der hat aufgehört mich zu verfolgen, glaub ich. Echt? Keine Ahnung. Okay, nevermind, ich höre ihn. Piss dich! Er ist weg. Er ist kalt. Er kämpft gegen den T-Rex, Digga! Oh mein Gott! Der Rex hat mir mein Leben gesaved. Ich hab' wo denn? Nevermind, er ist wieder bei mir. Da sind noch zwei T-Rex, Digga. Piss dich! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Hey Giga, hier bin ich! Nein! Lass dich spielen in Ruhe! Nein! Lauf! Lauf doch! Ja! Ja, perfekt Digga. Also, das können wir alles vergessen, was da war, oder? Auf jeden Fall! Scheiß, Alter! Digga! Das erste Mal, wir sind jetzt das erste Mal gestorben und wir werden unseren Loot nie wiedersehen. Das erste Mal, dass wir nach dem Tod unseren Loot nie wiedersehen werden. Das Impfgebiet. Ne, das hatten wir ja wieder. Bild wieder geholt. Also jetzt weiß ich zumindest, wo ich nicht mehr entlang laufen werde. Tja, jetzt weißt du wenigstens, dass auch niemals dein Spino den Giga hätte gekillt. So, weil das High Level ist hot. Ja! Geh mal da hin! Mal gucken, ob du das überlebst. Ich wollte aber sagen Leute, das war's für die Folge. Wenn es dir gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo. Sagt dir die Glocke verleihen. Wenn es dir nicht mehr verpassen, denn ich hab keinen Bock mehr auf ARK Digga. Das war mir zu viel. Und schau! Leute! Bis zum nächsten Mal.